muss ich mal nachher schauen ich habe die lebensgröße aus hackfleisch gebaut also du hast mich in lebensgröße stinke ich da nicht aber irgendwann und falle auseinander jetzt habe ich hunger ich habe heute ein schokokroissant gegessen das war's ja der ganze kopf ist ja auf dem boden geklatscht dann die stelle ich in mein listzimmer du hast du auch weißt du dass ich ja sogar glauben würde ich habe ein ersatz zimmer und du hast dann ein zimmer mit mir aber das fleisch denn bitte nicht mehr essen es gibt bei twitch auch lesbare farben einstellungen ja die gibt es ich weiß jetzt nur nicht wo genau bei den einstellungen das jetzt war ich glaube dann sehen die farben auch ein bisschen komisch aus ich glaube da ist ein regenbogen da ist ein regenbogen wunderschön okay das ist mega cool dass es hier sogar ein regenbogen gibt und am ende finden wir so einen goldtopf los wir müssen uns beeilen ich würde vielleicht mal wieder hier auf dem weg reiten so einen schreien im kleiderschrank wo dich wo sie dich verehrt und so eine komische rituale macht damit du endlich auf ihren teller landen ist aber ich will nicht gegessen werden ich schmecke nicht wirklich ich schmecke wirklich nicht das ist ja dieser ort hier mit 300 kopf stimmt ja scheiße mal gucken wenn mich jemand entdeckt dann haben wir ein problem also von den kopfgeldjägern das geld geht einfach auch nicht weg ne dieses kopfgeld muss ich das wirklich bezahlen was ist das denn Hallo, hallo. Du gibst mir jetzt den fetzen Papier. Her damit! Gib mir das fetzen Papier. Ich will's haben. Ich wollte ihn nur weichklopfen. Das war jetzt nicht der Plan, aber gut, wir haben den fetzen. Eine riskante Schatzkarte stand dann. Ich verdünnesiere mich jetzt mal. Wovon mich jetzt hier jemand sieht. Ich muss jetzt aber auch weg, bin später wieder da. Okay, viel Spaß. Viel Spaß. Viel Spaß. Okay, ich habe irgendeinen beschissenen Weg hier gerade eingeschlagen. Komm ich hier überhaupt noch weg? Mit dem Pferd kommt man echt nirgendwo. Nirgendwo rauf. Das ist in Assassin's Creed viel cooler. Da kannst du einfach mit dem Pferd die Klippen runterspringen. Lässt du euch mal Netflix anschreiben, ob die dein Partner werden wollen? Ja, ganz sicher wollen wir das. Achso, ich brauche mich gar nicht verkleiden. Also verstecken. Guten Tag. Ich meine, guten Abend. Natürlich. Natürlich. Ich weiß es nicht. Hau da ziehen! Das Killer wird getrunken und hat alle lieb. Nur dich wird er lieben. Oh Gott. Na hoffentlich verarscht du mich nicht, ne? Ruh psboy. Oh, das regnet! Falsche, nehme ich dich und das hart, Alter. Was geht denn mit euch ab? Ich will mir das nicht vorstellen. Dann brennt mein Popo aber so. Er gibt dir bestimmt auch Creme. Wow. Wow, das muss ich für YouTube rausschneiden, ne? Da haben sich ja die zwei wieder lieb. Morinensalbe, boah, eeeu. Eeeu. Das Thema wird irgendwie nicht schöner. Nein, es wird nicht schöner. Es steckt in diesem Puma. Warum nicht in einer Ziege? Damit wir Assassin's Creed wieder aufleben lassen. Ist das sarkastisch gemeint, oder? Bei mir ist, ja. Das weiß ich nicht. Ich kann's nicht einschätzen. War von ganz, ganz komisch. Stundenlang. Wartet mal, ich muss mal kurz diese Markierung wegmachen. Die stört mich ein bisschen. Ja. Ganze Woche Ruhe, Wochenende. Ja, das ist ja meistens. Das ist ja bei mir auch Freitag, ne? Fängt's auch bei mir wieder an. Wo ich mir denke, yay. Schön wieder am Wochenende, wo niemand was machen kann und so. Mhm. Geht mir auch so. Das ist bei mir heute auch so. Deswegen hab ich auch Teststream geschrieben, weil ich nicht weiß, ob's hinwohnt. Ich hab das Gefühl, er wird gefressen werden. Boah, ich will da nicht rein. Im Dunkeln auch noch. Oh, nee. Ich will die Laterne aber nicht ausrüsten. Nicht wirklich. Ach, komm. Ja, hab ich. Du wirst sterben. Und ich, ich auch wahrscheinlich. Mietz, 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 mietz. Ernsthaft? Er sagt, hier drin ist ein Puma. Und seine Idee ist, dass wir uns aufteilen. Geil. Beste Idee ever. Und wetten, das Vieh ist bei mir? Ach, komm schon. Das ist bestimmt bei mir das Vieh. Nein, es ist bei ihm. Oh. Der ist tot. Ich seh schon dieses X. Ach du Kerke. Hier sind noch mehr X. Das würde ich auch gerne mal wissen. Shit. Oh Gott, ist das... Das ist gerade so unangenehm. Oh, das ist unangenehm. Das ist aber auch wieder ein anderer. Oh shit. Er ist tot. Finde und erlege den weißen Puma. Der ist wirklich arm. Nein. Komm. Wow. Ich konnte nichts tun. Ich konnte nichts. Nichts tun. Dankeschön, Killer, für die 96... Dinge. Rip. Ja, dankeschön. Das passt ja jetzt super. Wir müssen zusammenbleiben. Du wirst sterben. Du wirst sterben. Ich kann die Zukunft sehen. Oh, ich habe mich von meinen eigenen Schatten erschrocken. Na geh, ich bin auch gar nicht da. Wir müssen zusammenbleiben. Wir müssen zusammenbleiben. Du wirst sterben. Ja, ja. Geh ja schon. Warum ist er jetzt auf einmal... Ach so. Kann ich den eigentlich locken, indem ich... warte. 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 Ich habe nichts für Fleischkasson. Scheiße. Scheiße. Damit ich nicht entdeckt werde. Okay, er will ja unbedingt, dass wir uns aufteilen. Bitteschön. Dann gehe ich eben. Muss ich ihn finden? Ach komm, das ist voll ätzend. Guck, da liegt er. Ja, da liegt er doch. Kann ich jetzt wegrennen? Weg. Haus hier. Boah, was? Warum bin ich jetzt tot? Ich muss den... Okay. Okay. Bis später, Killer. Vielleicht. Also ich muss drin... Ich bin jetzt hier drin gefangen. Ist ja mega geil. Darf ich auch eine andere Waffe ausrüsten? Und dann sehe ich gar nichts mehr. Das ist ja sehr genial. Na dann. Ich muss noch was erledigen. Bis später, Dark. Kommt die jetzt? Mieze? Ich finde die Mission gerade richtig kacke. Wäre ich mal nicht zum Geld gegangen. Wenn jetzt hinter mich kommt, dann ist natürlich kacke. Die kommt bestimmt hinter mir, oder? Das ist eine Katze. Ich bin erlerlich in den Katzen. Das ist ja das Problem. Ich sehe die ja nicht. Da ist er. Stürb, stürb, stürb. Einfach die ganze Ladung rauf. Dankeschön. Wollte sie sich wieder anschleichen, ne? Okay. Jetzt kommt noch eine. Pass auf. Ja, dann hat er eben viele Löcher. Das ist mir echt voll egal. Das ist mir echt egal. Hauptsache ich lebe noch. Ich bin neutre Tanen, wenn ichIS kümmerelteren kann. Alles ist mir echt mieux. Alles ist mir nicht gut. Ich bin shakes es mir nicht. Wo ist jetzt der scheiß Ausgang hier? Es ist so dunkel! Ja, der ist leider, ähm, tot. Du kannst gehen, du bist frei. Satteltasche durchsuchen. Können wir auch mal machen. Vielleicht finde ich da interessante Sachen. Ah, okay. Hat er jetzt nicht gezeigt, was genau. Kann ich den Sattel abmachen? Ne, ne? Untersuchen. Das Fett kenne ich noch nicht, die Rasse. Ein Morgen. Du kannst gehen! Du bist frei! So, wir gehen das Fell jetzt verkaufen. Du bist frei! Du bist frei! Du bist frei! Du bist frei! Papa!